Da ist das hier und hier geht es zum Hasenacker. Wir gehen hier zum Hasenacker. Das ist richtig schön hier. Ich dachte gerade, das sind echte, ja, keine echten. Ich bin so kurzsichtig, habe ich echt gedacht, das wären jetzt richtige Hässe. Ich setze mich doch auf die anderen Hässe. Schmeckt das die Spezialmischung Banane und Tinte? Ja! Ich habe die Hände in die Hände, die ich habe. Was ist das? Ich habe die Hände in die Hände. Ich habe mich mit den Händen gehalten. Ich habe mich mit den Händen gehalten. Jetzt ist man wieder auf dem Rückweg. Jetzt ist die Sonne gerade so schön. Ich will hier gerade hergehen, wenn die Sonne so schön scheint. Einmal rumgehen. Komm mit. Dann gucke ich mal gerade um die Ecke. Ich will mal hier oben gucken. Jetzt ist es schon so schön. Jetzt. Jetzt. Aber hat die Borg noch gefunden? Ja, aber da waren wir ganz auf dem Park. Hier ist schon das Rapsfeld. Ja, Raps stinkt. Gelb. Ja, es sieht aber schön aus. Und jetzt ist die Sonne. Huch, ich bin hier oben gekommen. Das ist doch ruhig. Das ist so schön. Das ist der Schade, Schade. Wenn du jetzt hier langlaufen willst, dann werden wir hier langlaufen, dann werden wir hier zu können. Wenn wir langlaufen, dann werden wir hier. Dann werden wir hier nicht mehr. Das ist so schön. Dann gehen wir erst mal rein. Wir können irgendwann mal so einen richtigen Wanderschlag machen. Und auf der anderen Seite. Achtung! Oh, das ist so schön. Oh, das ist so schön. Oh, das ist so schön. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 14 15 15 15 15 15 16 15 Einfach eine Worte. Vielen Dank! Danke viel über das für mich. Schau eine Worte! Wir sind noch zu Campingclubs! Ja.